In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Prof. Norbert Bolz. Sein Thema, das Medium ist die Botschaft, wie uns das Fernsehen erzieht, ohne dass wir es merken. Ich will in den nächsten Minuten zeigen, dass der älteste Satz der Medienwissenschaft wahr ist und nach wie vor auch der wichtigste ist. Er stammt von dem Kanadier Marshall McLuhan und lautet The Medium is the Message. Zu deutsch etwa, die Wirkungen des Mediums selbst sind die Botschaft, um die es geht und nicht etwa die gesendeten Inhalte. Ich will das am verrufensten aller Medien, nämlich dem Fernsehen, deutlich machen. Das Fernsehen ist wie das Wetter. Keiner scheint dafür verantwortlich. Meistens ist es mäßig oder schlecht und fast jeder interessiert sich dafür. Ist es das Fenster zur Welt? Zeigt es uns, was dort draußen geschieht? Das scheint zumindest das Selbstverständnis der Nachrichtenredaktionen zu sein. Doch hier ist Vorsicht angebracht. Nachrichten berichten nicht, was geschieht, sondern was andere für wichtig halten. Massenmedien beobachten nicht Ereignisse, sondern Beobachtungen. Das Fernsehen zeigt deutlicher als alle anderen Medien, dass Menschen unbeobachtet beobachten wollen, wie andere beobachten. Indem die Medien diesen Wunsch erfüllen, dienen sie der Sozialisation. Und zwar gerade auch der Sozialisation von Erwachsenen. Massenmedien bieten jedem, der nach seiner Identität sucht, Kriterien für die Selbstbewertung. Und sie zeigt jedem, der einen unsicheren Geschmack hat, die Standards des Weltgeschmacks. In diesem Zusammenhang war und ist vor allem die Serie Big Brother lehrreich. Das einzige Thema dieser Fernsehshow ist das Beobachtetwerden. Man beobachtet Leute, die sich beobachtet wissen, und zwar in Situationen, die normalerweise der Beobachtung entzogen sind. Big Brother ist Bertolt Brecht für Arme. Fernsehen als Versuchsanordnung. Aber auch für alle anderen Sendungen gilt, dass das Fernsehen es uns ermöglicht, Leute anzustarren, also zu gaffen. Und längst ist auch der Blick hinter die Kulissen zum Teil der Show geworden. Im Fernsehen entscheidet, ob man gut rüberkommt. Der Fernsehschirm strahlt dieselbe Magie aus wie das Lagerfeuer der urmenschlichen Horden, die sich von der Tageswelt und Außenwelt abwenden wollten. So heißt es in einem Essay von Hans-Jörg Schertenleib über die Wiederkehr des Neandertalers in unserer neuen Medienwelt. Ich zitiere. Die Geschichte dieser Geschichten hat dann Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum erzählt. Sie beginnt mit einem Kurzschluss zwischen Hochtechnologie und Urhorde. Auch die elektronische Urhorde will sich von der Außenwelt abwenden. Auch die Nachrichten aus aller Welt dienen nur jener totalen Fokussierung, die in völlige Zerstreuung umschlägt. Es gibt eine Art Mediendarwinismus. Alles, was geschieht, wird daraufhin getestet, ob man eine Story daraus machen kann. Wer Sinn stiften will, braucht eine gute Geschichte. Wir können deshalb sagen, dass die sozialen Uhren durch Geschichten gestellt werden. Und wie jeder, der einmal einen Lebenslauf erfasst hat, weiß, halten Geschichten Personen zusammen. Soziales Wissen wird also nicht in wissenschaftlichen Texten gespeichert, sondern in Geschichten. Die Massenmedien ersetzen die Mythen als Welthorizont. Die Welt ist alles, was der Fall ist, und das erfährt man aus den Medien. Deshalb sollte man eigentlich nicht sagen, das habe ich im Fernsehen gesehen, sondern das habe ich durch das Fernsehen gesehen. Die Massenmedien treffen für uns eine Vorauswahl dessen, was der Fall ist. Sie produzieren Fakten, Fakten, Fakten. Insofern könnte man sagen, Massenmedien sind die Wirklichkeitsindustrie moderner Gesellschaften. Und oft ist die Darstellung in den Massenmedien selbst das Ereignis, über das berichtet wird. Massenmedien wirken vor allem deshalb, weil niemand Zeit hat, die Nachrichten zu überprüfen. Statt Informationen zur Weiterverarbeitung vorzulegen, versorgen sie uns mit einem Gerüst von Überzeugungen und Wünschen. So entsteht für den Zuschauer eine Welt der vereinfachten Ursache-Wirkungszusammenhänge. Dabei geraten die Experten gegenüber den Medienvertretern zunehmend in die Defensive. Der Medienwissenschaftler Hans Matthias Kepplinger resümiert, Je dramatischer die Darstellungen sind, desto mehr steigt die Glaubwürdigkeit der Journalisten auf Kosten von Experten. Massenmedien operieren also erstens nicht mit exakten Informationen, sondern mit Plausibilität und Resonanz. Das heißt, nur die Ideen, die dem Menschen einen notwendigen Platz im Weltlauf anweisen, setzen sich durch. Sie beschwichtigen die Angst. Und zweitens, Massenmedien lieben Statistiken und Quantifizierungen, denn Zahlen müssen nicht begründet werden. Zusammenfassend gesagt, Massenmedien orientieren sich also an Quantitäten. Das ist ihre sachliche Dimension. Sie orientieren sich an Neuigkeiten. Das ist ihre zeitliche Dimension. Und sie orientieren sich an Konflikten. Das ist ihre soziale Dimension. Aufgrund des bisher Gesagten könnte man vermuten, dass die Massenmedien ihre Macht ausspielen, indem sie die Meinungen ihrer Kunden direkt manipulieren. Das tun sie natürlich auch. Und heutzutage oft mit erstaunlicher Unverfrorenheit. Doch bei distanzierterer Betrachtung ergibt sich noch ein etwas anderes Bild. Massenmedien setzen in erster Linie Themen durch. Nicht nur Meinungen. Zum Beispiel Wetterextreme oder Kampf gegen Rechts. Zu jeder Fernsehnachricht gibt es einen Gefühlskommentar. Und dann ist eigentlich gar keine Meinung mehr nötig. Man bekommt deshalb ein realistischeres Bild von den Massenmedien, wenn man sie nicht einfach nur als Meinungsmacher, sondern als die Klimaanlage der Meinungen betrachtet. Massenmedien haben es nämlich immer mit unkontrollierbaren Adressaten zu tun. Auf die Sendungen des Fernsehens reagiert man nicht mit Ja-Nein-Stellungnahmen, sondern mit Abschalten oder Channel-Hopping. Schon deshalb ist Aufklärung die Lebenslüge der Journalisten. Wie Nachrichten wirken, bekommt man besser in den Blick, wenn man sich nicht mehr am Modell der Informationsverarbeitung, sondern am Modell der Dienstleistung orientiert. Guter Service heißt nämlich im Kern, man fühlt sich gut bedient. Und ganz entsprechend ist eine Nachrichtensendung dann gut, wenn sich die Zuschauer gut informiert fühlen. Wie überall in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, heißt es auch hier, der Kunde ist das eigentliche Produkt. Und das Produkt einer guten Nachrichtensendung ist eben der Zuschauer, der sich gut informiert fühlt. Wenn man derart Information konsequent als wahre begreift, wird die Bedeutung einer Nachricht bedeutungslos. Es geht in den Nachrichten also nicht um ein Erklären und Verstehen der Welt. Eher könnte man umgekehrt sagen, dass die Welt zum Kontext für die Nachrichten wird. Faszinierend ist gerade das unvermittelte, aus der Geschichte herausgesprengte Ereignis. Und dann das ganz andere, nächste Ereignis. Man soll es gar nicht verstehen. Diese telegenen, geschichtslosen Ereignisse ereignen sich auf vier Ebenen, die man gut unterscheiden kann. Es gibt erstens die echten Ereignisse wie etwa ein Erdbeben. Es hat sich natürlich unabhängig von den Medien ereignet. Es gibt zweitens mediatisierte Ereignisse wie eine Bundestagsdebatte. Die hätte wohl auch ohne Medien stattgefunden, aber sie läuft nun aufgrund der Präsenz der Massenmedien nach deren Regeln ab. Da gibt es drittens inszenierte Ereignisse wie die Taliban-artigen Aktionen der letzten Generation, die nur für die Medien stattfinden. Und schließlich kann viertens die mediale Darstellung selbst zum Ereignis werden, über das dann berichtet wird. Obwohl derartige Meinungsereignisse zunehmen, sollte man daraus nicht schlussfolgern, dass die Massenmedien ihre Themen selbst erfinden. Aber sie setzen Themen durch und sie bestimmen ihre Karriere. Sie verunsichern uns durch Neuigkeiten und beunruhigen uns gleichzeitig durch Rituale der Darstellung. Vieles, was sich heute ereignet, geschieht also schon im Blick auf die Medien, die es aufzeichnen und ausstrahlen. Was geschieht, wird von seinem Spiegelbild auf dem Bildschirm geformt. Die Älteren unter Ihnen, liebe Hörer, erinnern sich noch an die gewaltigen Aufbauten der internationalen Fernsehanstalten vor der Berliner Mauer am Brandenburger Tor 1989. Man kann sagen, die Präsenz der Medien beschwor das welthistorische Ereignis. Wenn aber der Bildschirm das Weltgeschehen formt, verändert sich die Qualität der Bilder. Die Bilder der Massenmedien kann man nicht mehr betrachten, sondern sie rücken uns auf den Leib. Sie erzeugen kein Wissen, sondern Gefühle. Seit der Revolution der Popart kann man wissen, dass Gefühle ihre wahre Intensität nicht im Leben, sondern in den Medien haben. Wer wirklich etwas erleben will, sucht dieses Erlebnis nicht mehr im Alltag, sondern in der virtuellen Realität. Sie ist formbar und weniger störanfällig. Und wer tief fühlen will, geht ins Kino. Die Kinder der Popkultur wissen heute, dass die Gefühle der Liebe und des Hasses auf Leinwand und Bildschirm echter sind, als im eigenen Schlafzimmer. Geschichten liefern das Vokabular dieser Gefühle. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen Filmen und dem, was Freizeitparks wie Disneyland und Konsumtempel wie die Mall of America bieten. Es geht jeweils um Bilderwelten, die thematisch strukturiert sind und die eine surreale Verdichtung der Erlebnisse anstreben. Was hier geboten wird, ist gewissermaßen wirklicher als die Wirklichkeit. Und diese Erwartung ist durchaus nicht unrealistisch. Denn was fasziniert an Bildwelten? Die Antwort ist denkbar einfach. Künstliche Bilderwelten sind optisch prägnanter und deshalb überzeugender als die alltägliche Wirklichkeit. Besonders deutlich wird das in der Soap des Fernsehens. Es ist ein Markenprodukt auf den Märkten der Fürsorge. Allabendlich bietet uns die Soap die Familie als Konfektionsware. Früher hat ja die eigene Familie Familienleben produziert. Heute konsumiert die Familie das Familienleben. Und zwar als Fernsehunterhaltung. Das Familienleben findet auf den Bildschirmen statt, vor denen die Familienmitglieder sitzen. Die nächste Stufe wäre, dass interaktives Fernsehen das Fernsehen mit der Familie ersetzt. Ironischerweise gilt das auch für Haushalte, die noch von klassischen Familien bestritten werden. Fernsehen entspannt nämlich gerade dadurch, dass es familiäres Zusammenleben, das ja stets konfliktreich ist, eindämmt. So erbringt das Fernsehen die paradoxe Leistung, Familien zusammenzuhalten, indem es die Familienmitglieder voneinander trennt. Die Familie sitzt beim Abendessen schweigend vor dem Fernseher und schaut einer Familie zu, die sich streitet, lacht und liebt. Die entsprechenden Vorabendserien funktionieren also ähnlich wie Fertiggerichte, Therapie, Berater, Kindertagesstätten und Nachhilfelehrer. Sie alle stellen eine Auslagerung von Familienfunktionen dar. Der klassische, passive Fernsehzuschauer hat aber Konkurrenz bekommen, seit Computer den Alltag bestimmen. Nach der Haltung, die man vor den Bildschirmen einnimmt, lassen sich heute zwei Arten von Medien unterscheiden. Entweder man lehnt sich zurück oder man beugt sich nach vorn. Viele Fernsehzuschauer wollen nicht mehr nur passive Informationsverarbeiter sein, sondern aktiv in die Medienwirklichkeit eingreifen. Und aktiv heißt im Zusammenhang mit Medien immer interaktiv. Dass Massenmedien prinzipiell nicht interaktiv sein können, ist zwar eine Grundeinsicht solider Medienwissenschaft. Aber der Wunsch nach aktiver Mediennutzung ist heute so groß, dass er die Medientechniker und Programmmacher dazu zwingt, einen stabilen Schein von Interaktivität zu erzeugen. Die lieben Zuschauer machen mobil und wollen mitreden. Natürlich können die Empfänger einer Sendung nicht in der gleichen Weise über die Programmgestaltung mitentscheiden, wie ein Familienmitglied über den Speiseplan der kommenden Woche. Millionen sitzen an den Geräten und schon der Versuch, die konkreten Vorschläge von 100 Zuschauern ernst zu nehmen, würde einen Sender rasch ins Chaos stürzen. Interaktivität fürs Volk muss also anders organisiert werden und wir kennen das Grundprinzip natürlich schon lange. Multiple Choice, also die Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, unter vorgegebenen Alternativen zu wählen, aber wir haben nicht die Möglichkeit, eigene Alternativen zu formulieren. Deshalb rückt der Akt der Auswahl ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Entscheidend ist nicht, was man wählt, sondern dass man wählt. Wenn man sich das klar macht, versteht man auch, warum Formate wie Star Search weltweit so gut funktionieren. Wenn Deutschland den Superstar sucht, geht es gar nicht um die Daniels, Torbens oder Jessicas, sondern darum, dass die Zuschauer sich selbst in ihrer Macht genießen. Wir entscheiden. Ob die quäkende Stimme aus Bottrop einen Plattenvertrag bekommt oder wieder spurlos im Ruhrgebiet verschwindet, hängt von der akkumulierten Macht der Zuschauer ab. Deshalb gibt es eigentlich gar nichts Aufregenderes für einen interaktiven Fernsehzuschauer, als die talentlose Niete zum Superstar zu erhöhen. Jeder andere hätte es genauso werden können. Nämlich dann, wenn ich und meinesgleichen es gewollt hätten. Die Suche nach dem Superstar ist also eine Schöpfung aus Nichts, die man bisher ja Gott vorbehalten hat. Im Grunde feiert sich der Zuschauer dabei selbst. Der Begriff Couch-Potatoes sollte einmal zum Ausdruck bringen, dass sich der Fernsehzuschauer in einer Welt der unbegrenzten Zubutbarkeiten eingerichtet hat und willenlos akzeptiert, was die Fernsehgewaltigen ihm als Programm vorsetzen. Verschärft wurde diese Erfahrung durch das Privatfernsehen. Denn jetzt wurde zum ersten Mal deutlich, dass die Programme lediglich Entschädigungen für die Zumutung der Werbung sind. Doch Privatfernsehen bedeutet auch, es gibt jetzt sehr viele Programme. Die lassen sich aber nur mit einer Fernbedienung bewältigen. Seither gibt es das Channel-Hopping, die Freiheit des Zappens, das ja vor allem Weg-Zappen ist. Man muss nicht euphorisch werden, um einen entscheidenden Unterschied zu früher zu sehen. In der alten Fernsehwelt, der öffentlich-rechtlichen Anstalten, haben ein, zwei Sender das ganze Volk bestrahlt. So entstand der sogenannte Durbridge-Effekt, also die von naiven Soziologen gefeierte Tatsache, dass die meisten Menschen dieselbe Sendung gesehen haben und dann am Arbeitsplatz darüber diskutieren. Ganz anders die neue Fernsehwelt des Zappens und der Interaktivität, in der jeder einzelne Zuschauer sein eigenes Programm auswählt und kombiniert. Damit läuft heute aber die klassische Kulturkritik ins Leere. Die Kulturkritik nämlich, die immer von unmündigen, passiven Zuschauern ausgeht, denen finstere Mächte der Kulturindustrie eine genussvolle Gehirnwäsche verpassen. Das gilt übrigens auch für die listige Umkehrung dieser Kulturkritik in Hans Magnus Enzensbergers Theorie des Null-Mediums. Der ebenso geniale wie witzige Essayist Enzensberger war ja der Meinung, das Fernseh sende eine Nullbotschaft, die der Zuschauer deshalb genieße, weil er von Bedeutungen gerade verschont werden wolle. Das Fernsehpublikum begehre Programmlosigkeit. Enzensbergers Pointe bestand darin, das Fernsehen als Technik der Kommunikationsverweigerung zu interpretieren. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn man Massenkommunikation als Vermittlung von Information versteht und das heißt, wenn man sie im Blick auf Aufklärung versteht. Natürlich wird es auch weiterhin Millionen geben, die abends einschalten, um abzuschalten. Doch Glotzen ist nur noch eine Option unter anderem. Das Fernsehen kannten wir bisher ja vor allem als das Medium sündhafter Trägheit. Doch heute trägt es zu einer Kultur der neuen Oralität bei. In archaischen Zeiten war unsere Kultur schon einmal oral, aber in den engen Grenzen eines Stammes. Das war die Welt der Stimme. Die Zeit der Zivilisation war dann literal geprägt, das heißt, Kultur war Gutenbergs Printkultur und die dominierende soziale Wirklichkeit war die Stadt. Das war die Welt des Buches. In der modernen Welt formiert sich erneut eine orale Kultur, beginnend mit Telefonie und eben Television. Das geschieht nun aber nicht mehr im tribalen Maßstab, sondern im globalen Maßstab. Genau das meinte Marshall McLuhan mit seiner berühmten Formel für das elektronische Weltdorf Global Village. Das ist die Welt der elektronischen Netzwerke. Dieser Übergang von einer literalen zu einer neuen, oralen Kultur wird ganz deutlich dadurch angezeigt, dass wir heute den entscheidenden Akzent nicht mehr auf Information, sondern auf Kommunikation setzen. Wer heute fernsieht, gehört meist schon zur Handy-Generation, die ganz selbstverständlich erwartet, dass alle Technik ihrer Mobilität und Kommunikation dient. Technisch entspricht dem die digitale Integration der Medien und Zeitcomputer alle möglichen Mediendaten vereinheitlicht haben, gibt es die neuen Alleskönner mobil und multimedial. Das Handy, mit dem man telefonieren, fotografieren, mailen kann, von den unzähligen Apps ganz zu schweigen. Und das setzt Maßstäbe auch für die älteren Medien wie das Fernsehen. Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, dass die Mobilmachung der Medienwirklichkeit den klassischen Massenmedien den Garaus machen würde. Vielmehr zeigt sich, dass Fernsehen und Radio auf der einen Seite und computergestützte soziale Medien auf der anderen Seite aufeinander angewiesen sind. Beide haben nämlich Probleme, die sie nicht aus eigener Kraft lösen können. Das Internet hat das Problem, dass alle Adressen, kommunikationstechnisch betrachtet, gleichwertig sind. Das heißt, dass sich alle Angebote einem erbarmungslosen Kampf um Aufmerksamkeit ausgesetzt sehen. Die Massenmedien haben das Problem, dass die Trägheit ihres Apparats den Kontakt mit dem Zeitgeist unterbricht. Internet und Massenmedien brauchen sich also gegenseitig. Die sozialen Medien zeigen den Massenmedien die Kunden der Zukunft und die Massenmedien werben für das Angebot der sozialen Medien. Seit das Fernsehen nicht mehr von einem Kulturauftrag spricht, sondern um Kunden konkurriert, kann man deutlicher erkennen, wie die technische Entwicklung der Medien mit den Kundenerwartungen in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts und dem Selbstverständnis demokratischer Bürger harmoniert. Der Zuschauer rückt ins Zentrum der Medieninszenierung. Man kann es auch so sagen, die auf den Märkten heute selbstverständliche Kundenorientierung hat jetzt auch die Massenmedien erreicht. Man hat begriffen, dass der Medienkunde selbst das eigentliche Produkt der Sendung ist. So wird Fernsehen, wenn es glückt, zum Event. Dass der Medienkunde das eigentliche Produkt der Sendung ist, gilt übrigens auch strikt ökonomisch. Betrachtet man nämlich die Produktionsverhältnisse des Privatfernsehens, so ist der Zuschauer nicht der Konsument, sondern das Produkt des Fernsehens. Er wird ja gewissermaßen an die Werbetreibenden verkauft. Fernsehprogramme haben also vor allem die Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit des Abschaltens zu reduzieren. Doch aus rein technischen Gründen wird es für die Sender immer schwieriger, ihre Zuschauer an die Werbetreibenden zu verkaufen. Was den Fernsehzuschauer bisher konkret versklavt hat, war der Zwang der Werbung. Um den Spielfilm oder die Sportschau zu sehen, musste man bisher Werbeblöcke ertragen. Heute genügt es, eine Viertelstunde später einzuschalten, um die Werbung souverän zu überspringen. Denn der neue Fernseher ist längst auch ein Computer. Er speichert die Sendung auf einer Festplatte und eliminiert die Werbespots. Während die Sendung noch läuft, lässt sie der Fernsehcomputer neu beginnen. Aber auch inhaltlich verändert die Digitalisierung das Gesendete. Man könnte hier von einer Ökonomie der Wiederholung sprechen. Denn seit es Speichermedien wie DVD und Blu-ray-Disks gibt, werden Filme verstärkt auf wiederholte Rezeption hin angelegt. Das bedeutet aber, es ist mehr Komplexität nötig. Einen Film von David Lynch zum Beispiel muss man mehrmals ansehen, um seine Botschaften ganz auszuschöpfen. Das gilt mittlerweile auch für raffinierte Serien wie Breaking Bad oder Better Call Saul. Daraus ergibt sich aber ein neues Erfolgskriterium, nämlich die erfolgreiche Wiederholung. Bisher gab es das meist nur bei Kinderfilmen. Doch viel wichtiger als die Möglichkeit und die Schwierigkeit der klassischen Werbung im Fernsehen des 21. Jahrhunderts ist sein eigener Warencharakter. Fernsehen ist heute eine Ware. Sender verstehen sich als Marken und konzentrieren ihr Marketing auf Kult-Sendungen. Die Zeit der Aufklärung und Kritik ist also vorbei. Information, Unterhaltung und Werbung verschmelzen. Das Stichwort lautet Infotainment. Dass Unterhaltung und Langeweile zwei Seiten derselben Medaille sind, ist Philosophen seit Pascal gut vertraut. Aber erst mit John Maynard Keynes hat ein Ökonom sich des großen Problems angenommen. Die Leute wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Wenn sie keine Sorgen haben, langweilen sie sich zu Tode. Deshalb ist das Programm der Massenmedien sozialtherapeutisch von größter Bedeutung. Alle gute Unterhaltung reagiert nämlich auf die Verzweiflung der Langeweile. Um einen berühmten Buchtitel des Medienwissenschaftlers Neil Postman zu variieren, wir amüsieren uns zu Tode, um uns nicht zu Tode zu langweilen. Fernsehen ist ein Medium der Passivität. Nach des Tages Mühe und Not kommt man endlich nach Hause oder wenigstens ins Hotelzimmer. Unterwünscht man sich weder Informationsverarbeitung noch Interaktivität, sondern Unterhaltung, Zerstreuung, Trance. Man will nur noch einschalten, um abzuschalten und um unbeobachtet zu beobachten. Unterhaltung funktioniert wie früher der Mythos. Man muss keine Anschlusskommunikation leisten. Man versteht, was gezeigt wird, die Geschichten sind vertraut und die Stereotypen sind verlässlich. Schon bei dem größten Filmtheoretiker der 30er-Jahre Siegfried Krakauer kann man lesen, dass der Film die ganze Welt als virtuelles Zuhause zeige. Das trifft gerade auf die vielgeschmähten Hollywood-Filme zu und das liegt daran, dass dort in aller Naivität die Mythen, Sagen und Legenden von 2500 Jahren abendländischer Kulturgeschichte daraufhin abgetastet werden, ob sie brauchbare Geschichten abgeben. In der Antike kehrten die mythischen Gestalten unverändert wieder. In der Moderne werden sie umerzählt und dem Zeitgeist angepasst. Hollywood ist also ein Auswahlmechanismus zur Optimierung von Mythen. Und diese Mythen umstellen den Horizont unserer modernen Kultur. Wenn Mythen erzählt werden, geht es nicht um Information, sondern um Partizipation. Aber steht so, dass der Held stellvertretend für mich leidet und triumphiert. Die Heldentat wird gerühmt, ist aber nicht verpflichtend. Und Bewunderung ist die Währung, in der wir die Helden bezahlen, die uns entlasten. Diese Entlastungsleistung zeigt sich deutlich in den fundamentalen Reaktionen auf spannende Unterhaltungssendungen. Erstens, ich bin nicht allein mit meinem Unglück. Zweitens, das muss ich mir nicht zumuten und drittens, damit muss ich nicht rechnen. In der Welt der Unterhaltung hat der Held gleich zwei klare Gegenspieler, nämlich den Versager und den Verbrecher. Der Versager bleibt unter der Norm und wird deshalb verspottet. Der Verbrecher ist der Gesellschaftsfeind, der gegen die Norm agiert und den wir deshalb bestraft sehen wollen. Der Held erbringt Leistungen über der Norm und deshalb verehren wir ihn. Diese mythischen Idealtypen genügen, um die Welt zu ordnen. Das Interessante dabei ist, wir lernen die gesellschaftlichen Normen kennen, ohne sie nennen zu können. Die Massenmedien ersetzen die Mythen als Welthorizont und diese neue Mythologie erscheint als Unterhaltung. Man könnte eine geistesgeschichtliche Linie ziehen vom Tod Gottes über den Verlust der heiligen Meistererzählung bis zur Explosion des Erzählens im 19. Jahrhundert und schließlich zu Hollywood. Hollywood steht dann für die Wiederkehr des Mythos unter neuen Medienbedingungen. Man muss sich in diesem Zusammenhang immer wieder klar machen, dass Mythen nicht informieren, sondern dass sie solidarisieren. Es geht hier vor allem um das Drama rhythmischen Handelns und um emotionale Identifikation. Jede Handlung folgt einem Drehbuch, das heißt, sie schafft eigentlich erst den Handelnden. Und jeder weiß von der Erzählung des eigenen Lebenslaufs, wie Geschichten Personen zusammenhalten. Der sogenannte Kulturauftrag der Massenmedien, zumal des Fernsehens, ist also derselbe wie der des antiken Poeten, nämlich aufzunehmen und zu speichern. Was für die Griechen das Epos war, ist für uns die Fernsehunterhaltung. Zum einen eine Art sozialer Enzyklopädie und zum anderen ein moralisches Training. Man könnte sagen, statt der Moral haben wir die Medien. Ohne jede Mühe wird beim Fernsehen die soziale und emotionale Intelligenz getestet. Vom Fernsehen und im Kino lernen die Jugendlichen, was ihnen keine Schule und kein Elternhaus beibringen kann. So also geht man mit Frauen um. So funktioniert die Welt. Das ist Glück. Hollywood, das ist die Welt der Stars, die Geburt der großen Gefühle von Ruhm und Ehre und natürlich der demokratische Mythos des Erfolgs. Was man von Film und Fernsehen derart lernen kann, nennen Anthropologen Behavioral Literacy, zu Deutsch etwa das ABC des erfolgreichen Verhaltens. Fernsehen schult die soziale Intelligenz, indem es zur Beobachtung der sozialen Komplexität einlädt. So wird gerade die vielgeschmähte Unterhaltung zum Medium des Lernens. Gefühle wie die Liebe kann man üben. Das Verhalten wirkt nämlich auf das Gefühlsleben zurück. Das heißt aber auch, dass wir unsere Gefühle schauspielen. Und umgekehrt können wir von großen Schauspielern große Gefühle lernen. Zu Recht hat Andy Warhol deshalb diejenigen, die eine große Intensität der Gefühle vermissen, ins Kino geschickt. Gefühle entfalten sich Dramenartig. Das heißt, es Gefühl ohne Situation. Und das begründet übrigens den ewigen Vorteil des Geschichtenerzählers gegenüber dem Psychologen. Filme bieten nun Formulierungshilfen bei der Konstruktion von Geschichten, mit denen sich dann Individuen identifizieren können. Die Filmemacher sind also Ingenieure der Fantasie, die uns Zuschauer mit gut konfektionierten Stories versorgen. Sie bieten uns vor allem Liebesgeschichten an, denn diese schaffen eine eigene Welt, ganz ähnlich wie auch Gerichtsverfahren oder die totale Institution Krankenhaus. Das Fernsehen muss also zum einen als moralische Anstalt und Schule des Verhaltens begriffen werden. Zum anderen ist es das Medium dessen, was der Anthropologe Lionel Tiger Soziallust genannt hat. Gemeint ist die Lust der Gesellschaft an sich selbst. Diese Soziallust bedient das Fernsehen durch eine konsequente Unterhaltungsformatierung aller Ereignisse. Alles, was geschieht, ordnet sich wie eine Ellipse um die Brennpunkte der Sentimentalität und der Sensation. Es geht hier nicht um Aufklärung, sondern um kostenlose Gefühle. Gute Unterhaltung ist ein Gefühl. Ich fühle mich gut unterhalten, so wie ich mich in einem Einkaufsladen gut bedient fühle. Und hier ist eine kurze Verteidigung des Couchpotatoes durchaus am Platz. Wer mit Genuss fernsieht, ist der produktiven Gesellschaft ein Dorn im Auge. Denn er hat die puritanische Angst vor der Zeitvergeudung abgestreift. Fernsehen befreit vom Handeln und erlöst von der Zeit. Gute Unterhaltung liegt in der goldenen Mitte zwischen Stress und Langeweile. Stress bietet unseren Nerven nämlich zu viel Stimulation, während Langeweile das Leiden an zu wenig Stimulation ist. In der rundum versicherten Welt der modernen Gesellschaft suchen wir nach Gefahr, denn diese versetzt uns in Aufregung und das bereitet Lust. Doch die Gefahr darf natürlich nicht wirklich gefährlich werden, sie muss im Als-ob verbleiben. Was wir eigentlich suchen, sind also gefahrlose Gefahren. Und die gibt es vor allem im Film. Im Film wird der Schock als Konsumgut genießbar. Er bietet das ersehnte Neue in der Form der Sensation. Das heißt als Gefahr, die man nicht ernst nehmen muss. Große Gefühle gibt es in der modernen Gesellschaft nur noch unter Bedingungen der kontrollierten Erregung. Das heißt, man lässt sich überraschen und aufregen, kann aber jederzeit rausgehen oder abschalten. Unter diesen Bedingungen verwandeln sich die Gefahren der Unsicherheit in Möglichkeiten der Überraschung. Ungewissheit und Unbestimmtheit werden dann nicht mehr als Drohung, sondern als Stimulanz des Lebens erfahren. Was für den vormodernen Menschen Fortuna war, die Göttin des Glücks und Unglücks, das ist für den modernen Menschen die Spannung, das heißt selbst erzeugte Ungewissheit. Spannung liegt als kontrollierter Kontrollverlust zwischen der Vertrautheit des Banalen und der Unvertrautheit des Komplexen. Der Medienwissenschaftler Werner Früh hat diesen kontrollierten Kontrollverlust zu Recht ins Zentrum seiner Unterhaltungstheorie gestellt. Ein spannender Film trainiert uns also im Umgang mit Ungewissheit. Fernsehen übt ein, wie man aktive durch passive Kontrolle ersetzen kann. Konkreter gesagt, Unterhaltung hat neben der Spannung aber noch einen weiteren Schwerpunkt, nämlich die Lust am Geschwätz. Klatsch und Tratsch sind die menschlichen Formen sozialer Feldpflege. Sie trennen innen und außen. Man könnte auch sagen, Klatsch und Tratsch regulieren das Verhalten der Mitglieder einer Gemeinschaft. Klatsch ist also die Form der Konversation, in der es um Standards und Werte geht. Die Massenmedien weiten nun diesen Klatschmechanismus auf Fremde aus. Das heißt, Berühmtheiten und Politiker werden von den Zuschauern als wichtige Gruppenmitglieder behandelt. Insofern entspricht die Unterhaltungsformatierung alle Ereignisse im Fernsehen nicht nur unseren tiefsten Wünschen, sondern auch einer sozialen Notwendigkeit. Die Lust am Klatsch ist das Genießen der Unterwürfigen und zugleich eine Form, in der sie soziale Intelligenz ausbilden. Ereignisse und Persönlichkeiten sind Eigenwerte des Fernsehens, die das Chaos der Welt ordnen. Das erklärt, warum das Fernsehen so beliebt ist, obwohl alle über das schlechte niveaulose Programmangebot klagen. Vor dem Fernsehschirm kann ich mir ein Bild von der Welt machen? Hier gibt es noch Unmittelbarkeit und Dramatik. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und genau das wird uns ja von der modernen Gesellschaft vorenthalten. Jeder spürt schon lange, was Soziologen wie Niklas Luhmann ausdrücklich sagen, nämlich, dass der Mensch ein Umweltproblem der modernen Gesellschaft ist. Und gerade deshalb kommen wir nicht von den Medien los. Zumal das Fernsehen lockt noch in den dümmsten Sendungen unwiderstehlich mit dem geheimen Konsum des Menschlichen. Seit es Privatfernsehen gibt, sehen wir zwar nicht mehr dieselben Sendungen, doch gleichgültig welchen Sender wir einschalten, überall erwartet uns der Körperkult der Prominenz. Und die gemeinsame Beziehung auf Prominente hält die Gesellschaft zusammen. Früher, bei den alten Griechen, hat man das richtige Verhalten in der Polis gelernt. Heute genügt es, den Fernseher einzuschalten. Das hat der Philosoph und Kulturkritiker Alan Bloom wohl gemeint, als er das Fernsehen als Konsensusmonster bezeichnete. Doch in Talkshows werden nicht nur Prominente ausgestellt. Sie befriedigen auch die Ausdrucksbedürfnisse moderner Individualität. Das heißt, man kann hier seine Individualität in einem Freiheitsraum bloßer Äußerungen bewahren und bewähren. Wichtiger als die Information ist also die Beteiligung an Kommunikation. Reden wir miteinander. Ich hatte gerade schon von sozialer Fellpflege geredet. Schimpansen kraulen sich, wir schwätzen miteinander. Beides hat denselben sozialen Sinn, nämlich den Gruppenzusammenhalt zu sichern. Im Medium von Klatsch und Tratsch beobachten wir die soziale Komplexität unserer Welt und trainieren so unsere soziale Geschicklichkeit. Wer hat was mit wem? So funktioniert Fernsehen als Schule der sozialen Intelligenz. Was soll ich glauben? Was kann ich hoffen? Was darf ich begehren? Die Antworten darauf gibt die gute Unterhaltung in den Massenmedien. Doch welche Unterhaltung ist gut? Kulturkritiker können zu Recht darauf verweisen, dass die Massenmedien zumeist Junk Information bieten. Also das geistige Äquivalent von Fett, Zucker und Salz. Und in den letzten Jahrzehnten konnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass das Privatfernsehen sich aufgemacht hat, den letzten, noch unentdeckten Kontinent der Unterhaltung zu erobern, nämlich den schlechten Geschmack. Hier zelebriert die Massendemokratie ihren Kult der Geschmacklosigkeit, Vulgarität, und sie lehnt dankend alle Angebote der sogenannten Ernstenkultur ab, die bekanntlich auf Lustverzicht gebaut ist. Sehen wir hier noch einmal näher zu. Alle Sätze scheinen gesagt, alle Provokationen durchprobiert, alle Witze abgelacht. Wie kann man da noch unterhalten? Die wohl schlüssigste Antwort gibt das sogenannte Bad-Taste-Movement, also die Entübelung des schlechten Geschmacks in Mode und Massenmedien. Unterhaltung macht Experimente an der Grenze des Peinlichen, Unsinnigen und Verrückten. All das wird gedeckt von dem Genre-Namen Comedy. Es ist die Reinform der Unterhaltung. Und hier gilt Schopenhauers Definition, Witz als Nahheit zu maskieren ist die Kunst des Hofnarren. Wir lieben den Narren dafür, dass er uns von der öffentlichen Meinung befreit. Denn öffentlich heißt die Meinung, die man ohne Isolationsangst aussprechen kann, also gerade nicht die eigene. Der Nahe der Comedy nimmt es auf sich, auszusprechen, was wir kaum noch zu denken wagen. Und genau das war und ist komische Katharsis. Verlachen und Erkennen in einem. All das gilt natürlich nicht für die zur Regierungspropaganda heruntergekommene Comedy von Jan Böhmermann und seinesgleichen, wie man ja ohnehin zur Zeit in Deutschland nicht viel zu lachen hat. Das Entscheidende einer gelungenen Comedy ist, dass Komik an die Stelle der Kritik tritt. Man lacht, statt zu entlarven. Comedy ist Dadaismus fürs Volk, der Goldrausch im Niemandsland des Unsinns. Und hier sind Abenteurer gefragt, die das Risiko der verfehlten Quote auf sich nehmen. Doch wie schon der Kunsthistoriker Karl Einstein wusste, nur wenige Leute haben den Mut, vollkommenen Blödsinn zu sagen. Das Problem jeder Serie ist die Wiederkehr des Gleichen. Eine gute Komödie löst das Problem, indem sie gerade die Lust am Stereotyp kultiviert. Oscar Wilde's prägnantes Wort von den Wonnen des Trivialen meint hier ganz konkret, gerade der aufgeklärte, gut informierte genießt die Schablone und das Vorurteil. Er weiß die Kultqualität des absurden Rituals zu schätzen. Das Lachen über den Unsinn kann also durchaus geistvoll sein. Das Publikum feiert sich selbst seine eigene Intelligenz, die sich an Parodien, Zitaten und Anspielungen erprobt. Hier spielt ein weiteres Grundprinzip guter Unterhaltung eine Schlüsselrolle, der Starkult. Dieses frühere Betriebsgeheimnis der Unterhaltungsindustrie ist dem versierten Zuschauer mittlerweile gut vertraut. Der Zauberapparat des Marketing muss Berühmtheiten gestalten. Stars machen ästhetische Urteilskraft überflüssig. Wie früher die Klassiker des Bildungsbürgertums ersparen uns die Stars heute die Kompetenz. Doch Starkult allein genügt nicht. Schon ein Kritiker der Dreißiger Jahre, Walter Benjamin, hatte gesehen, dass Starkult und Kultus des Publikums sich genau entsprechen. Das Publikum feiert sich selbst in seiner Allmacht der Einschaltquoten. Und heute können wir beobachten, wie ingenjös die Glücksindustrie, Starkult und Kult des Publikums durch einen Kult des Zufalls potenziert. Das ist der Endpunkt einer Entwicklung, die mit dem Untergang der heidnischen Götter begann. Da die Sehnsucht nach Bewunderung immer konstant blieb, wurden die vakanten Stellen der alten Götter durch Stars besetzt. Der Star ist ursprünglich ein als Gottheit präsentierter Mensch. Als aber deutlich wurde, dass sich der Status des Stars nicht der Leistung, sondern allein dem Design verdankt, begriff jeder Zuschauer die Warhol-Lektion über den 15-minütigen Weltruhm. Tagtäglich macht das Fernsehen mit seinem Körperkult der Prominenz dem Zuschauer deutlich, wie die Massenmedien den Markt für Achtung und Aufmerksamkeit regulieren. So nährt sich die Gier nach Publizität von der Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Der französische Essayist Pascal Brückner kommentiert, diese spontane Enthüllung erspart jegliche Aktivität, jede Arbeit an sich selbst. Allein der Blick der anderen sagt mir, wer ich bin, was mit mir los ist. So Brückner. Und hier wird nun der Starkult durch einen Kult des Zufalls ergänzt. Wenn es keinen positiven Gegenstand der Verehrung mehr gibt, richtet sich die Sehnsucht nach Bewunderung auf das Unvorhersehbare. So kehrt der antike Kult des Glücksfalls im Herzen der modernen Unterhaltung wieder. Seine durchaus realistische Botschaft, die nur durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung getrübt wird, lautet, jeder könnte der Star sein. In den Massenmedien ist der Ruhm von jeder Leistung befreit. Man muss nichts können, um als Star zu strahlen. Das bloße Bild des Körpers, das die Berühmtheitswerte Schönheit, Reichtum und Sexappeal abstrahlt, genügt schon. Damit wird paradoxerweise Berühmtheit zum Alltagsphänomen. Schon um die Sendezeit zu füllen, müssen die Massenmedien den Ruhm demokratisieren. Und so übergreift der Egalitarismus heute seinen Gegensatz. Alle haben den Anspruch, berühmt zu sein. Die Paradoxie der Berühmtheit für alle kann natürlich nicht aufgelöst, sondern nur in immer wieder neuen Formaten der Massenmedien verschoben werden. Ruhm gibt es logischerweise immer nur für die Wenigen. Deshalb muss die moderne Gesellschaft den Vielen eine Kompensation bieten. In einem brillanten kleinen Aufsatz hat der Journalist Joma Mangold die medialen Angebote am Aufmerksamkeitsmonopol der Prominenz teilzuhaben analysiert. Mächtiger als die alten Gegensätze von oben und unten oder von Kapital und Arbeit wirkt heute die Zweiteilung in jene, die auf dem Bildschirm zu sehen sind und jene, die davor sitzen. Damit wächst ein neues Unbehagen in der Kultur. Je glänzender die Celebrities auf den Bildschirmen erscheinen, desto unerträglicher wird das Gefühl der eigenen Nichtigkeit. Deshalb ist die Suggestion der Medien, jeder könne die Seiten wechseln und selbst auf den Bildschirm gelangen, für viele unwiderstehlich. Und deshalb sucht Deutschland den Superstar. In unserer Reihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Bolz mit dem Titel »Das Medium ist die Botschaft, wie uns das Fernsehen erzieht, ohne dass wir es merken.«